Hallo liebe Leute und willkommen zum Vlog, zum CeBIT Vlog und zwar ist ja dieses Jahr wieder mal wie immer die CeBIT. Und heute ist quasi Mittwoch, der 18. und am 19. quasi, am Donnerstag, bin ich vor Ort für euch und auch so aus eigenem Interesse. Und ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, zum Beispiel Asus, aber auch ASRock, zum anderen, weil sie halt in der Lage, anscheinend waren, auf ITX-Basis Hasry Extreme unterzukriegen, also Hasry Extreme i7 5000 noch was und DDR4-Speicher, sehr interessante Sache, aber auch Be Quiet mit neuen Netzteilen und was mich natürlich auch interessiert, mal das Fraktal Design R5 zu begutachten. Und ja, mal gucken, was mir sonst noch so über dem Weg läuft, vielleicht auch mal bei Samsung vorbeischauen oder ja, was man so halt noch findet. Das Ganze wollte ich so ein bisschen im Vloggy-Style machen mit dieser Kamera hier, mal gucken, wie sich die schlägt. Ich habe so die Befürchtung, dass meine normale Kamera, mit dem ich meine Reviews mache, dass die da nicht so ganz mitwacht, weil halt der Autofokus relativ, ja, ist. Und ja, für mich geht es dann morgen relativ früh los und mal gucken. Ich glaube, so mitten in der Nacht geht es los, halb sechs bis Hannover sind es ein paar Kilometer und ich bin gespannt, was der Tag so bringt und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder im nächsten CeBIT-Video und ciao!